Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so, die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert. Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Deutschlandweit, überkonfessionell, einmalig. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Stopp, 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 stopp. So können wir nicht starten. Vielen Dank, Damaris. Lass uns hier einen riesen Applaus geben. Aber wir können nicht einfach aus diesem großen Buch einfach so eine Seite rausnehmen und sagen, okay, darum geht es eigentlich um Weihnachten. Das können wir an Heiligabend vielleicht machen, aber die Weihnachtsgeschichte ist mehr als nur eine Story. Die Weihnachtsgeschichte eigentlich ist die ganze Geschichte in diesem Buch. Die ganze Bibel. Und da gibt es viel, viel mehr vorher und viel nachher. Die Weihnachtsgeschichte ist nur ein ganz kleiner Teil. Es gibt insgesamt in dieser Bibel 1189 Kapitel in 66 Büchern. Dort wird erklärt, was Damaris gerade vorgelesen hat. Warum Jesus auf die Erde kommt. Aber wir können nicht einfach sagen, okay, dann kam Jesus. Warum ist er denn gekommen? Und deswegen lasst uns heute reingehen in die ganze Geschichte. Die Geschichte der Menschheit. Die Geschichte zwischen Gott und uns Menschen. Und da wollen wir eintauchen. Und ich lade euch ein, euer Herz zu öffnen für diesen Jesus. Und lasst uns da einfach ganz bewusst einfach ein Gebet sprechen. Jesus, ich bin hier, begegne mir. Zeig du mir die große Geschichte, die wir zu Weihnachten im Kleinen feiern, wo es einfach nur ein Teil ist, aber es im Großen eingebettet ist. Sprich zu mir, Jesus. Amen. Es geht nämlich los, 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ein Schöpfergott erschafft das ganze Universum, unseren wunderschönen Planeten. Und dann heißt es in 1. Mose 2, Vers 7. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. So hat es da angefangen. Gott hat einen Ort geschaffen, wo wir mit Gott zusammen waren. Wo wir den Sinn des Lebens lebten. Den Sinn des Lebens heißt, dass wir Gott liebten, dass wir die Menschen liebten und uns selbst liebten. Und dann waren sie in diesem Paradies und Gott hat gesagt, okay, pass auf, hey, weil ich möchte nicht, dass ihr Roboter seid und ihr müsst mich lieben. Nein, ich möchte euch dem freien Willen geben. Ihr könnt euch entscheiden, mich zu lieben oder eben auch nicht. Und dann standen da die Bäume und zu dem einen Baum hat Gott gesagt, bitte, ess nicht von diesem Baum. Ess nicht von dieser Frucht. Und wir alle kennen den Ausgang der Geschichte, die Frau und der Mann und die essen von diesem Frucht. Sie entschieden sich, dass sie ihre eigenen Pläne, dass sie mehr Vertrauen haben in ihre eigenen Pläne als in die Pläne von Gott. Sie entschieden sich in dem Moment, wo sie die Frucht genommen haben, hey, wir kriegen es alleine hin. Ich weiß, was gut für mich ist. Ich vertraue diesem Gott nicht. Und die Konsequenz ist dramatisch, oder? Die Konsequenz war, dass die Gemeinschaft zwischen uns und Gott gebrochen wurde. Und das Resultat sehen wir bis heute. Leid, Schmerz, Krankheit, all dieses Zeug. Und das wird alles in dieser Bibel beschrieben, in dem Buch, wo plötzlich Zerstörung reinkommt, ganze Familien, Brüder kämpfen gegeneinander. Und Gott hat diesen anderen Ort eigentlich geplant, aber wir Menschen haben gesagt, nein, ich vertraue mir lieber selbst. Ich weiß, was gut für mich ist. Ich brauche keinen Gott, der mir sagt, wie es zu funktionieren hat, das Leben. Und jetzt kommt Gott. Und das finde ich sehr krass, weil er hätte auch sagen können, okay Mensch, go for it, be blessed, not stressed, ciao, ich bin raus. Genauso ist Gott nicht. Gott gab die Menschen nicht auf. Und er fand immer wieder Menschen auf dieser Erde, die der Sehnsucht nachgehen, die in uns reingelegt ist, die Sehnsucht nach Gott. Und er fand diese Menschen, die sich ausstreckten nach diesem Gott. Zum Beispiel Noah. Noah, der die große Flut überlebte. Der auf diesem Schiff mit seiner ganzen Familie war, wo die ganze Welt zerstört wurde. Aber Noah hat überlebt, weil er sich nach Gott ausgestreckt hat. Oder dann Abraham. Abraham, mit dem Gott sogar einen Bund schloss. Mit der Idee dahinter, dass Gott gesagt hat, ich schnapp mir diesen Abraham, der sich ausstreckt mit seinem Leben nach meinen Plänen. Und mit dem möchte ich ein Modell starten, ein Volk starten, den ich offenbare, wie ich das Leben eigentlich gedacht habe. Wie wir den Sinn des Lebens wieder leben können, Gott zu lieben, uns selbst zu lieben und die Menschen zu lieben. Und er startete dieses Projekt. Und die ganzen Gebote in der Bibel sind ein Liebesbeweis, das Gott uns Menschen nicht aufgegeben hat. Obwohl wir immer wieder sagen, ich weiß besser, was gut für mich ist. Aber Gott hat uns nie aufgegeben. Gott reicht uns in unseren Scheitern immer wieder die Hand und sagt, hey, ich glaube an dich. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, wo du wieder leben kannst. Wo du reinkommst in das, wofür ich dich geschaffen habe. Und in dieser Bibel wird deutlich, in den ersten Seiten, eigentlich komplett durch. Ein Leben ohne Sinn ist sinnlos. Und viele von uns spüren das auch. Ein Leben ohne Sinn ist sinnlos. Wofür leben wir dann? Warum tun wir, was wir tun, wenn wir keinen Sinn haben, wenn wir keine Perspektive haben, wenn wir nicht wissen, warum wir auf dieser Erde sind? Und die Ansätze von Gott, die er uns in der Bibel offenbart, die sind oft so dermaßen anders, wie die Gesellschaft lebt. Und das war wie damals, wie auch heute. Gottes Ansätze dienen dem Leben. Aber uns fordern sie manchmal maximal heraus. Und Gott nahm das Volk der Israeliten und sagt, okay, ich schaffe ein Modell, wie es funktionieren kann, mit mir in Gemeinschaft zu leben. Mit den ganzen Geboten. Er machte das im vollen Bewusstsein, dass sie es nicht hinbekommen. Und dann gibt es so viele Seiten, wo das Volk sich Gott wieder zuwendet, weil es ihnen schlecht ging. Und dann ging es ihnen gut, dann haben sie sich wieder von Gott abgewendet. Immerhin und her. Läuft es gut, bräuchte kein Gott. Läuft schlecht, oh Gott, komm her. Ist das nicht ähnlich auch wie heute? Heute ist ja genauso, dass der Schrei nach Gott groß ist, wenn Unglück passiert, wenn Leid da ist, wenn wir Dinge nicht verstehen. Ja Gott, jetzt musst du kommen. Wenn es mir gut läuft, sorry Gott, ich brauche dich nicht. Ich weiß selber, was gut für mich ist. Und in der Geschichte von Israel waren Menschen wie zum Beispiel David, König David, er die Ausnahme. Er wird als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Obwohl er wahrscheinlich mehr Dreck am Stecken hat, als wir alle zusammen. Er hat mehr Mist gebaut, als wir alle zusammen. Trotzdem war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er sich immer diesem Gott zugewendet hat. In den positiven Tagen seines Lebens und in den negativen Tagen seines Lebens. Und er hat beides erlebt. Aber er hat sich immer wieder Gott zugewendet. Und in der Geschichte von David wird sichtbar, dass es am Ende des Tages gar nicht über unsere Leistung und das, was wir tun, darauf ankommt, sondern um unsere Herzenseinstellung. Da, wo wir im Herzen stehen. Was wir im Herzen glauben. Was in unserem Herzen drin ist, wonach sich unser Herz wirklich ausstreckt. Und dann kam in der Geschichte, in der großen Geschichte, eine neue Zeitrechnung. Gott wusste, eine Freundschaft wieder herzustellen zwischen den Menschen und ihm. Da muss jemand auf die Erde kommen, der stellvertretend für die Menschen den Preis bezahlt. Für deren Entscheiden, ja, wir schaffen es schon selber. Für unsere Fehler, für unser Scheitern, für unsere Sünde, wo wir denken, wir brauchen Gott nicht. wusste Gott, er muss jemanden bringen. Und er wusste, die einzige Möglichkeit ist, Jesus auf diese Erde zu bringen. Der stellvertretend für uns Menschen am Kreuz, die Fehler trägt. Damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott. Dort, wo wir uns entschieden haben, Gott, ich brauche dich nicht. Du brauchst einen Stellvertreter, damit wieder Beziehung möglich ist. Und Gott hat es gemacht. Sein Sohn auf die Erde. Und Gottes Wunsch ist, dass wir ihm vertrauen. Und er wünscht sich, dass wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben. Und sein Plan steht fest mit uns. Wir finden ihn in Offenbarung. Dort heißt es, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Das ist der Plan von Gott ganz am Anfang. Und jetzt da wieder am Ende. Es wird kommen, dass Gott wieder mit uns Menschen zusammen wohnt. Die Frage, sind wir dabei oder nicht? Und dann heißt es, er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Kleidung, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist der Fokus. Und Gott hat seinen Plan durchgezogen. Er hat Jesus auf die Erde gebracht. Den größten Liebesbeweis in der Geschichte. Eine neue Zeitrechnung hat angefangen. Plötzlich reicht alleine der Glaube an diesen Jesus, dass wir in Gemeinschaft mit Gott reinkommen können. In Ewigkeit und auch hier auf der Erde. Eine neue Zeitrechnung. Jesus hat alles getragen. Und dann das Neue Testament. Ich liebe es. Dort wird gezeigt, wie die Strategie von Jesus war. Jesus war auf der Erde, hat sich dann ein paar Jünger genommen, hat gesagt, komm mal drauf, Jungs. Ich will euch zeigen, wie der Vater im Himmel sich das Leben auf dieser Erde vorgestellt hat. Und nicht durch Predigten. Ich labere euch nicht voll. Nein, seid bei mir. Lass uns das Leben teilen. Lass uns unterwegs sein. Ich möchte euch befähigen. Und dann waren sie auf dieser Erde unterwegs. Und er hat ihnen vorgelebt, wie es funktioniert, wie man in Beziehung mit Gott leben kann, wie das praktisch aussieht im Leben. Und zwischendurch hat er den Dingen erklärt. Okay, pass auf, Jungs. Kommt mal zusammen. Pass auf, komm. Ich erkläre euch mal. Was mache ich da gerade? Er hat ihnen erklärt. Er hat darüber geredet. Er hat gepredigt darüber, warum er tut, was er tut, damit sie es verstehen. Und dann ging er weiter. Hat gesagt, Jungs, okay, pass auf. Ihr habt das jetzt von mir gesehen. Ihr habt gesehen, wie das Leben funktioniert. Wie Gott sich das gedacht hat. Ich habe es euch erklärt. So, jetzt fangt an. Jetzt fangt an. Macht auch. Macht ihr auch. Und sie haben angefangen. Und am Anfang sah es sehr lächerlich aus, wie oft etwas lächerlich aussieht, wenn wir etwas zum ersten Mal machen. Und dann hat er sie gelobt, hat gesagt, hey, wow, das war gut, das war gut. Aber da, das war ein bisschen Ego. Er hat sie konfrontiert. Er hat die Zeit auf dieser Erde, hat er in ganz wenige Menschen sich investiert, um sie zu befähigen. Zu befähigen, zu Menschen, die das, was Jesus vorgelebt hat, dass sie das weitergeben können an andere Menschen. Und genau das ist passiert. Jesus hat es weitergegeben und diese Jünger haben es wieder weitergegeben. Weiter und weiter und weiter. Eine Befähigungskultur, dass wir uns heute hier treffen und immer noch darüber reden. Und das Prinzip ist das Gleiche. Es steht nirgendwo in der Bibel, hört euch Predigten an, dann wisst ihr, was Gott denkt, wie Gott sich das Leben vorstellt. Nein. Predigen ist super, Dinge hören ist super, aber es macht nur Sinn, wenn man das Grundding versteht. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wenn wir anfangen, wieder Jesus' Lifestyle zu leben, bedeutet das, dass ich mir Leute suche, mit denen ich vorlebe, was ich gelernt habe, wie Jesus' Lifestyle bedeutet im Alltag, im Scheitern, in den Herausforderungen des Lebens. Und dass ich dann erkläre, warum mache ich, was ich mache oder warum habe ich es vielleicht auch mal nicht hingekriegt. Dass ich motiviere, dass ich konfrontiere, dass ich Menschen helfe, diesen Jesus' Lifestyle zu kopieren. Das Ziel vom ICF ist, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden wollen und das wirst du nicht vom Predigten hören. Das wirst du, wenn du anfängst, ein Jesus' Lifestyle zu leben und da brauchst du Vorbilder, die dir zeigen, wie es im Alltag funktioniert. Und diesen Jesus' Lifestyle zieht sich durch das ganze Neue Testament, weil dann ist etwas entstanden, nachdem Jesus gegangen ist und das nennen wir Kirche, das nennen wir Gemeinde. Das ist ein Training Center für Befähigungskultur, ein Training Center, wo Menschen zusammen sind, Gemeinschaft haben, diesen Jesus' Lifestyle leben und Menschen kommen rein, können das auch erleben und dann weitergeben, auch befähigt werden. Kirche ist Trainingskultur für Jesus' Lifestyle. Small Group ist ein Training Center für Jesus' Lifestyle. Und dort unterwegs zu sein, die ganzen Teams, die Training Center, wo du reinkommen kannst, nicht um Sklavenarbeit zu treiben, nein, um ein Jesus-Lifestyle zu leben und sich auszustrecken, für das Reich Gottes zu leben. Und das ist entstanden. Und wir lesen die ganzen Geschichten. Dann war der Hero Paulus da, der dann gesagt hat, okay, pass mal auf, Israel ist super, lass uns rausgehen aus Israel, dort auch Kirchen gründen. Und er hat sich investiert, sein Leben investiert, dass mehr Menschen außerhalb von Israel dann auch wissen, wie so ein Training Center funktioniert. Er hat es weitergegeben, diese Kultur des Lebens, Jesus nachzufolgen. Und dann hat er Leute fit gemacht, die das wieder weitergeben konnten. Und das ist Kirche. Und das ist Kirche. Das ist, dass Gott uns liebt, seinen Sohn auf die Erde gebracht hat, um uns zu zeigen, wie Jesus leistet, wie das Leben mit diesem Vater im Himmel, im Alltag funktioniert, wie es durch schwere Zeiten tragen kann. Und das dürfen wir weitergeben. Tag für Tag. Und deswegen liebe ich Kirche. Deswegen lebe ich diesen Ort, wo Menschen befähigt werden, in Jesus' Lifestyle zu leben. Diesen Ort, wo wir erkennen müssen, okay, ganz ehrlich, unsere eigenen Pläne funktionieren nicht. Wenn wir denken, ich weiß, was gut für mich ist, vergetet. Und an diesen Punkt werden wir alle kommen. Wir haben keine Ahnung, was gut für uns ist. Vielleicht denkst du, ja, ich weiß schon, was gut für mich ist. Ja, vielleicht. Aber, dass es wirklich aufgeht, es ist in uns reingelegt, dass wir eine Sehnsucht haben, nach dem, der wo wirklich wert ist. Und wir brauchen auf dieser Erde etwas, der für uns stellvertretend die Schuld bezahlt, wo wir es nicht hinkriegen, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, uns selbst zu lieben. Da, wo wir uns immer wieder entscheiden, Gott, sorry, ich brauche dich nicht. Und ich finde es sehr spannend. Wir sind manchmal mit Jesus unterwegs und so und dann laden wir Jesus ein. Aber dann gibt es in unserem Leben ja wie verschiedene Räume, oder? Dann gibt es so Räume, wo wir sagen, Gott, da lassen wir dich nicht rein. So zwei ganz beliebte Räume sind zum Beispiel das Schlafzimmer. Da lassen wir Gott nicht rein. Gott und Sexualität, der weiß das ja nicht. Da frage ich ihn ja nicht, seine Ideen, huch, nee. Oder den Geldbeutel. Lassen wir Gott auch nicht so gerne rein. Aber auch da sagt er, ich habe Ideen, damit du lebst. Damit es für dich aufgeht. Ich bin nicht gekommen, um dir was zu klauen, um dich zu unterdrücken. Ich bin gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben. Das ist Jesus, oder? Und ich wünsche dir und mir, dass wir an den Punkt kommen, maximal schnell, dass wir es nicht im Griff haben, dass wir den Jesus brauchen, der für uns stellvertretend die Schuld bezahlt hat, dass wir wieder in das reinkommen können, wofür wir eigentlich gemacht sind. All unser Leben, mit all unseren Gedanken, diesen Jesus nachzuvolgen, eine Beziehung mit diesem Gott zu leben. Mit unserem kompletten Leben, wo ich sage, Gott, ich brauche deine Führung in meinem Alltag. Ich bekomme es nicht hin. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Die Frage ist, wann kommst du, wann komme ich zu dem Punkt, dass wir verloren sind? Wie oft kämpfe ich noch und ich kriege es selber hin, und ich will meine Idee nicht, ich weiß, was gut ist und ich will nicht und das nicht? Wann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ich bin verloren? Ich brauche Rettung. Wir werden an den Punkt kommen und ich wünsche dir nicht, dass es dann für dich irgendwann zu spät ist, wo du merkst, jetzt hast du eigentlich alles zerstört in deinem Leben. Auch da ist Gnade noch da. Du bist nie zu alt, um Jesus in dein Leben einzuladen. Aber umso früher wir an den Punkt kommen, zu sagen, Jesus, ich brauche dich, umso mehr Jesus-Lifestyle wird in unserem Leben sein, wo wir es hinbekommen werden, mehr und mehr, dass wir Gott lieben können, unser Umfeld lieben können und uns selbst lieben können. Die Frage ist, vertraue ich mir selbst mehr oder möchte ich anfangen, Gott zu vertrauen? Ist es vielleicht dran für mich, das Steuerrad meines Lebens, diesen Jesus zu geben, vielleicht von einzelnen Räumen, wo ich Jesus bis jetzt noch nicht reingelassen habe? Und Jesus wird dir zeigen, wo es vielleicht diese Räume gibt. Ist es da dran, loszulassen und zu vertrauen? Loszulassen und zu vertrauen den Dingen, die ich eigentlich nicht in meiner Hand habe? Und wenn ich die Bibel lese, von vorne bis hinten, ja alleine, wenn ich mir die ganze Schöpfung anschaue, die Natur anschaue, ist die einzig logische Reaktion, und dass ich mein ganzes Leben diesem Jesus gebe, mein ganzes Leben diesem Gott anvertraue. Alles andere macht keinen Sinn. Die ganzen Geschichten in der Kirchengeschichte, wo unzählige Menschen mit diesem Jesus unterwegs waren, die geben eine Richtung vor. Hey, mit Jesus kannst du innerliche Ruhe haben, innerlichen Frieden haben, egal wie die Stürme drumherum aussehen. Und ich möchte dich fragen, wo du Kirche zu Hause erlebst oder hier vor Ort, wo ist es dran, loszulassen und Jesus zu vertrauen? Wo ist es dran, zu entscheiden, eigentlich bin ich verloren in diesem Bereich? I'm lost. Ich brauche Rettung. Ich habe keine Ahnung, was wirklich gut für mich ist. Jesus, ich brauche dich. Wo ist es dran, diese Entscheidung zu treffen? Wenn du magst, lass uns zusammen beten. Hey Jesus, ich brauche dich. Sprich es mir einfach nach, wenn es für dich ist. Jesus, ich bin verloren. Und es wird Zeit, loszulassen. Da, wo ich es in meinem Leben nicht hinbekomme. Meine Visionen, mit meinen Plänen, mit meiner Vorstellung vom Leben. Ich brauche Rettung in meinem Leben. Jesus, begegne mir. Danke Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist. es ist. Hey, wisst ihr, wir können kämpfen, wir können fighten, dass wir irgendwie das Leben hinbekommen, auch, ich weiß nicht, wo du gerade drin bist, vielleicht bist du eine Blüte deines Lebens, es läuft alles. Und wenn du die Geschichte anguckst, allein die Bibel, wenn du das alles nimmst, war es der größte Fehler in den Highlight-Zeiten, zu sagen, Gott, ich brauche dich nicht mehr. Wir brauchen Gott immer. Wenn es gut läuft mit Gott, ist es super, wenn es schlecht läuft, in unserer Perspektive, ist es am Ende nicht entscheidend. Weil in unserem Herz, wenn das die Identität hat, ich bin Kind Gottes, ist alles andere nicht so wichtig. Dann ist es einfach Leben. Das ist einfach das, was ich hier mache, wo ich sage, meine Identität ist es, Kind Gottes zu sein und dann der Rest ist einfach, ich lebe im Auftrag, den Gott mir gibt. Und dort bin ich mit Jesus unterwegs, dass ich mir von Jesus hole, was ich machen darf. Ob es erfolgreich ist, ist super. Wenn es nicht erfolgreich ist, keine Ahnung, ist es nicht erfolgreich und never know, deine Perspektive ist ja nur deine Perspektive. Deswegen lass uns da hinkommen, dass wir unser Leben diesem Jesus geben. In den ersten Jahren der Kirchengeschichte war etwas normal, was wir in der weiteren Kirchengeschichte dann verloren haben. Die Menschen, die Jesus aufgenommen haben, gesagt haben, Jesus, du bist der Chef meines Lebens, ich gebe dir das Steuerrad meines Lebens. Die haben sich taufen lassen. Das war wie selbstverständlich. Und wir haben es leider verloren, aber ich möchte wieder zurückkommen und ich weiß nicht, wo du stehst. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann ist es logisch, sich taufen zu lassen. Laut Bibel. Und ja, ich wünsche einfach, dass du es machst. Es heißt nämlich zur Taufe in Kolosser 2, Vers 12, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet zu einem neuen Leben aufgeweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten aufgeweckt hat. Taufe bedeutet, ich gebe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und vor meiner Welt, das Taufe ist ja auch für mich, ich sterbe, meine Pläne, meine Ziele, mein Ego stirbt und dann werde ich wieder aufgehoben, raus aus dem Wasser und bekomme ein neues Jesusleben und ab dem Moment darf ich lernen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und diese Handlung ist so wichtig, alleine für dich selbst und dann für die sichtbare und unsichtbare Welt, also wenn du noch nicht getauft bist, dann solltest du dich zu heute Abend anmelden, weil wir haben heute Taufe oder es machen, weil wir unterschätzen manchmal die Taufe, was für ein wichtiges Symbol das ist, alleine für uns, weil wir brauchen das sichtbare Zeichen, dass unser Leben stirbt, weil sonst halten wir fest, klammern wir es, machen das irgendwie christlich, aber wir brauchen es eigentlich immer wieder. Das Bild von Taufe ist für mich immer wieder und in den ersten 300 Jahren hat man es folgendermaßen gemacht und auch das will ich wieder nach vorne holen, man hat nämlich und das ist das Spannende, ist der Weg zur Taufe, den kannst du jeden Tag durchgehen beziehungsweise was wäre, wenn du jeden Tag durchgehst? Zuerst ist, du bist Richtung Taufbecken gegangen, dann hast du anhand einer Liste deine Sünden bekannt, die ans Kreuz gebracht. Wir nennen das in unserer Kirche Taufe am Kreuz. Ich gebe was ab und bekomme das, ich gebe Unfrieden ab und bekomme Frieden und diese Kraft am Kreuz musst du erleben. Du kannst Christ sein, getauft sein, ohne die Kraft am Kreuz wirklich erlebt zu haben und das, auch das, ich mache das zweimal im Jahr dieses Ding. Analyste, oft in meinem Leben mache ich fast Taufe am Kreuz jeden Tag, immer wieder zu entscheiden, ich gebe den Müll ab. Und dann einen Schritt weiter, du wurdest von Dämonen befreit, von destruktiven Kräften wurdest du befreit. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder von destruktiven Kräften, dass uns das bewusst ist und dass wir sie rauskicken aus unserem Leben. Und am Anfang, wenn du frischer Christ bist, da sind Menschen da, die dir helfen, die dir helfen, diesen Lifestyle zu leben, dass du unterscheiden kannst, was gut ist, was nicht gut ist. Wenn du das nicht kannst als Christi, ja, you are lost. Du bist verloren, du brauchst mehr Jesus. Wir müssen wissen als Christen, wir müssen unterscheiden können zwischen gut und nicht gut, zwischen destruktiv und segensbringend. Wenn wir das nicht können, wuhu. Deswegen, hier ist eine Kirche, wo du es lernen kannst. Und am Anfang der Taufe, wenn du dich im Taufbecken reingibst, ist es so, da sind Menschen, die befreien dich und dann lernst du den Lifestyle, das du selber für dein Leben machen kannst. Und anschließend bist du mit den Füßen ins Taufbecken gegangen, als Zeichen ab heute, Jesus, werde ich deine Wege gehen. Und deine Wege heißt nicht meine Wege. Genau, ganz simpel. Deine, nicht meine. Und auch das, liebe Freunde, every day. Jeden Tag. Jeden Tag. Ist das eigentlich ein Gebet, was wir machen sollten. Was ich machen muss eigentlich. Weil sonst werde ich wieder meine Wege gehen. Und meine Wege sind Umwege, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist man mit den Händen ins Wasser gegangen. Und das bedeutet, ab heute her werde ich meine Hände für deine Arbeit schmutzig machen. Mein Leben hat eine Reichgottesperspektive. Setz alles für mein Reich ein und dann wird Gott alles andere dazugeben, was du brauchst. Und das ist, sagt die Bibel, und das ist das Geheimnis von dem, dass ich weiß, wer ich bin, dass das, was ich auf dieser Erde tun kann, dass es für mich nicht entscheidend ist. Dass ich weiß, Gott weiß, was gut für mich ist. Ich setze mich mit meinem ganzen Leben für Gottes Reich ein. Gott ist mein Versorger. Dann bist du mit dem Herzen untergetaucht oder bis der Kopf noch rausguckt. Und das war das Zeichen Jesus. Ich will dich von ganzem Herzen lieben. Ich liebe dich, Jesus. Das ist Beziehung, oder? Liebe ist Beziehung. Und zum Schluss wurdest du ganz untergetaucht als Zeichen. Hey, meine Augen, meine Ohren, meine Gedanken, Jesus, gehören dir. Ab heute bestimmst du meine Gedanken. Nicht mehr ich. Ab heute lerne ich, meine Gedanken zu leiten. Die meisten Christen, wir sind jahrelang unterwegs, wir haben keine Ahnung, wie wir unsere Gedanken leiten. Ja, dann fühlen wir uns halt so, keine Ahnung. Ja, ist halt so. Wenn wir nicht lernen, unsere Gedanken zu leiten, du bist verloren. Sorry. Du brauchst Jesus, der dich rettet. Und dann musst du diese Kraft erleben. Und dann bist du aus dem Taufbecken rausgekommen. Und dann hat man um den Heiligen Geist gebeten, dass der Heilige Geist mit Power und Kraft in dein Leben kommt, damit du alles das, was du vorher entschieden hast, umsetzen kannst. Weil Gott selbst in dir lebt. Und der Heilige Geist, dass er frisch und kraftvoll jeden Tag in deinem Leben ist. Und das wünsche ich dir, dass du den Heiligen Geist jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, jeden immer, wann du kannst, einlädst, damit er frisch und kraftvoll in deinem Leben ist. Weil sonst werden wir einfach uns Zeug machen. Und was wäre, wenn du auf deiner Arbeitsstelle mit dem Heiligen Geist arbeitest? Mit Gott, der ist viel besser in Probleme lösen. Größter Abenteuer. Lade den Heiligen Geist ein im Alltag. Es ist nicht eine Kirchensache. Kirche ist ein Trainingcenter für den Alltag, Glauben zu leben. Und deswegen lade den Heiligen Geist ein, dass der Heilige Geist kraftvoll in deinem Leben ist. Und genau das ist Taufe.